Wir haben ihm den Weg gezeigt, entweder er nimmt den Weg der Dankbaren oder den Weg der Leugner, der Undankbaren. Aber später, das Thema, was ich jetzt ansprechen werde, ist das Thema, was wir normalerweise gestern uns anhören sollten. Das Thema wird, inshallah, sein Aqsam Al-Hidaia. Oder Al-Hidaia, Tarik Al-Hidaia. Die Rechtsleitung und ihre Stufen. Liebe Geschwister, als allererstes sollte sich jeder klar sein, dass die Rechtsleitung die größte Gabe überhaupt ist. Die größte Nehme, die größte Gabe überhaupt, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gibt, ist die Rechtsleitung. Die ist so hoch angesehen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala uns verpflichtet hat, in jedem Gebet ihn dafür zu danken. Und ihn in jedem Gebet darum zu bitten, uns Recht zu leiten. In jedem Gebet. Sei es ein Pflichtgebet oder ein freiwilliges Gebet. In jeder Rak'a sagen wir, indem wir Surah Al-Fatihah rezitieren und sagen wir, Ehdinas Sirat Al-Mustaqim. Recht leite uns, was zu was? Den geraden Weg. Mindestens 20 Mal am Tag. Oder? Ne, 19 Mal. Warum 17? Nur Pflichtgebet, wenn man Rak'a zählt. Sehr gut mitgerechnet. Sag Allah auch hin. 17 Mal. Wenn man nur Pflichtgebet betet, 17 Mal. So will ich euch haben. Ein bisschen wache Leute hier, die mich korrigieren. Wenn man nur 17 Mal. Ich will, wie Allah subhanahu wa ta'ala, umgrecht leiten. Ehdina? Als Sirat Al-Mustaqim. Was bedeutet die Hedaie? Die Hedaie bedeutet, was bedeutet, was das? Die Hedaie bedeutet, was das? Die Hedaie oder die Hedaie oder die Hedaie? Wie die Hedaie oder die Hedaie? Wie die Hedaie oder die Hedaie? Wie die Hedaie oder die Hedaie oder die Hedaie? Das bedeutet ungefähr übersetzt, Erklärung oder das Zeigen oder Zurechtweisen zu irgendetwas. Und diese Hedaie, liebe Geschwister, davon gibt es vier Kategorien. Die erste Hedaie, liebe Geschwister, nennt sich die Hedaie Al-Ammah. Die allgemeine Hedaie. Die allgemeine Hedaie. Und hierzu sagt Allah subhanahu wa ta'ala, im Koran, in der Geschichte von Musa, alaihissalam, dem Propheten Moses, alaihissalam, als Fir'aun sie fragte, er sagte zu ihnen, فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُسَا Und dann sagt Musa, alaihissalam, قال رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قال رَبُّنَا Unser Herr ist wer, der alles gegeben hat. أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ Der alles seinen Schöpfungen gegeben hat, oder alles erschuf, singen im Übersetz, فُمَّ هَدَى und es dann zurechtgewiesen hat, oder rechtgeleitet hat. Damit ist gemeint, liebe Geschwister, diese Hidayah al-Ammah, diese allgemeine Hidayah. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala, der Erhabene subhanahu wa ta'ala, er ist es, der alles erschuf, der alles erschaffen hat. in seiner vollkommenen Gestalt und auf vollkommenste Art und Weise und es dann zu seiner richtigen und dazu und dafür geschaffenen Aufgabe hingewiesen hat und rechtgeleitet hat. Beispiel Auge Wer hat die Augen erschaffen? Bismillah Alhamdulillah Wer hat die Augen erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala Wie hat er sie erschaffen? Aleykum as-salamu wa ta'ala In bester Art und Weise In vollkommenster Art und Weise So seht ihr dass die das Auge hier in dem zwischen zwischen Knochen ist Ja, nicht geschützt hier drin Und dann noch mit diesen mit dieser Haut drüber Und dann noch mit diesen Wie nennt man die? Auf Deutsch? Wimpern Genau Und dann noch mit Wimpern da drauf Die sie beschützen vor was? Dass da nichts reinkommt Und dann noch dieses Wasser was im Auge ist Subhanahu wa ta'ala Guckt euch mal diese ganzen detaillierten Sachen an Die Augenbrauen da drüber Und heutzutage gibt es Leute die sie zupfen wollen Nein All diese kompletten und auf das kleinste Detail erschaffenen Sachen hat Allah Subhanahu wa ta'ala so erschaffen auf vollkommenste Art und Weise damit diese Aufgabe und sie dann da zurechtgeleitet um eine Aufgabe zu erfüllen Welche ist diese Aufgabe? Zu sehen Subhanallah Nächstes Beispiel Ohren Guckt euch mal diese Form an Aus was sie geformt wurden Und dass auch das Wasser was dieses salzige Zeug was drin ist Ohrenschmalz Alles hat eine Aufgabe die Nase die kleinen Haaren in der Nase und 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 der Mund die Zunge in dem Mund die Zähne alles mit Aufgaben das ist die Rechtsleitung Allah Subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen und hat diese Erschaffungen dann dazu rechtgeleitet ihre Aufgaben zu erfüllen Und je detaillierter man sich die Schöpfungen von Allah Subhanahu wa ta'ala anschaut und ansieht kommt man dann zu dem Entschluss dass derjenige der dies erschaffen hat der Allmächtige Subhanahu wa ta'ala ist Guckt euch mal den Tag und die Nacht an Gibt es irgendjemand Stadtwerke Hamburg oder Stadtwerke Köln der irgendjemand der irgendwo sitzt und macht dann Tag und Nacht den Schalter drückt die Erde die rund ist eine Kugel und wir fahren drüber und 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 wir laufen drüber und wir wissen dass unter der Erde ein Vulkan ist wer kontrolliert dies alles wer hat das alles erschaffen um es dann zu kontrollieren Subhanallah wenn wir uns die Meere angucken was da alles ist Subhanallah ich war in einem arabischen Land da gibt es anscheinend das größte Aquarium in der Welt was es da für Tiere gibt Subhanallah im Meer Arten von Arten von Fischen und alle die eine schwimmt neben den anderen kleine Fische große Fische riesen Fische der eine Fisch ist so platt wie meine Hand und da drunter sein Mund diese 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 Gestalt diese Erschöpfung von Allah Subhanallah Wer hat das alles gemacht irgendein Ingenieur dann sollen sie dies nachbauen oder nach machen deswegen Allah Subhanallah fordert sie heraus und macht sich sozusagen macht sie macht sie lächerlich wenn sie wirklich denken sie haben Ahnung wenn sie wirklich denken sie haben eine Macht wenn sie wirklich denken sie haben Wissen und sie sind schon sehr weit gekommen dann sollen sie nur eine Fliege nachmachen nur eine Fliege nachschaffen gibt es irgendjemand der das geschafft hat eine Fliege Fliege die wenn sie vorbeifliegen geht du haust sie weg gibt es nicht all das liebe Geschwister deutet auf den Allmächtigen Subhanah deutet auf einen großen Herrn auf den König der Könige Subhanahu wa ta'ala deswegen liebe Geschwister es reicht an Beweisen Wallahi wenn man nur sich selbst betrachtet nur sich selbst analysiert wie man aufgebaut ist dann muss man zu diesem Entschluss kommen und sagen La Ilaha Illallah Ich frage mich immer wieder Subhanallah diese diese dieses dieser Ablauf dieser Ablauf von den Menschen Herz klopft Blut läuft die Füße gehen die Hände bewegen sich Mund spricht Nase atmet wenn du schläfst gibt es irgendeine Maschine die dich weiter atmen lässt Subhanallah all das und wenn man krank ist wenn die Krankheit kommt gibt es irgendjemand der wirklich eine Macht hat dich wieder herzustellen zu reparieren Wallahi es gibt es keinen wenn es wirklich jemanden gibt dann sollen die die Menschen heilen alle sollen die doch die Menschen heilen es sind alles nur Mittel diese Medizin die Ärzte sind alles nur Mittel aber er kann nicht hundertprozentig irgendwas machen es sind alles nur Mittel wenn er wirklich was machen könnte dann soll er doch alle krebskranke Menschen heilen warum sterben dann alle Menschen das zeigt dass Allah der Allmächtige das Sagen hat er ist der Allmächtige und der Rest ist alles nur seine Schöpfung subhanahu und das Wegen sagt der große geläte der Imam Ibn 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 Sagen man sie genau anschaut und sie analysiert kann man nur zu dem Punkt kommen dass man anerkennt ohne Zweifel und dass man sagt es gibt keinen der anbetungswürdig ist außer Allah subhanahu ta'ala der alleine das Recht hat angebetet zu werden und der Imam sagt weiter erklärend sagt er erklärend zu diesem Pferd dass Allah subhanahu ta'ala alles erschaffen hat und alles zu all diese Schöpfungen hat er die Rechtsleitung gegeben zu ihren Aufgaben um warum um ein Beweis für seine Existenz subhanahu ta'ala zu sein um darauf zu deuten dass er alleine subhanahu ta'ala ist der anbetungswürdig subhanahu ta'ala ist die zweite Kategorie von Hidayah ist Hidayah und Dalalati und Bajan und Ta'rif und Erschad die Hidayah der sozusagen Zuweisung oder der Erklärung oder Nahbringung das bedeutet dass Allah subhanahu ta'ala den Menschen erschaffen hat und den Menschen klar gemacht hat und erklärt hat und gezeigt hat was das Richtige und was das Falsche ist das ist diese Hidayah das ist diese Richtige Allah subhanahu ta'ala hat den Menschen erschaffen und hat ihm beide Wege gezeigt Weg von Wahrheit und Weg von Unwahrheit Weg des Glaubens und Weg des Falschglaubens dazu sagt Allah subhanahu ta'ala im Koran was bedeutet Najdain Tariqain beide Wege wir haben ihm beide Wege gezeigt das Falsche und das Richtige und Allah subhanahu ta'ala sagt in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu ta'ala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wir haben ihm den Weg gezeigt entweder er nimmt den Weg der dankbaren oder den Weg der Leugner der undankbaren und Allah subhanahu Allah subhanahu ta'ala sagt das bedeutet wiederum sehr gemäß und nicht der Nafs hat Allah subhanahu ta'ala es schaff f alham ha f jura ha wa ta kwa ha hat sie dann zu recht gewesen und sie hat sich dann ausgesucht entweder Weg voll fujur oder den Weg der gottesfürchtigen der jenige der den richtigen weg nimmt und seinen Nafs den richtigen weg folgen lässt was mit dem der hat gewonnen der hat gewonnen und der und der jenige den der sie verdreckt hat indem er sie den falschen weg folgen ließ der hat verloren trotz all dem liebe geschwister trotz dieser wegbeschreibung und dieser zuweisung und anweisung und erklärung von allah subhanahu ta'ala in dieser rechtsleitung bestraft allah subhanahu ta'ala die menschen nicht direkt nach dieser rechtsleitung sondern erst wenn allah subhanahu ta'ala ihnen die propheten und die gesandten geschickt hat um die chujja um die beweislage auf sie zu bringen und sagt allah subhanahu ta'ala wir würden nie bestrafen erst wenn wir einen propheten entsandet haben und deswegen liebe Geschwister so wie ihr alle aus der Geschichte kennt und wisst hat allah subhanahu ta'ala die Propheten geschickt nachdem Schirk sich verbreitet hat Götzendienerei und Beigesellung sich verbreitet hat hat allah subhanahu ta'ala die Menschen nicht direkt bestraft sondern erst dann als er subhanahu ta'ala ihnen Propheten zukommen ließ wie der Prophet Nuh alaihissalam und und Prophet Ibrahim alaihissalam und den Prophet Isa alaihissalam und den Prophet Lot und Salih und Hut und 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 alle Propheten sind warum wurden sie geschickt um den Menschen zu um die Menschen zu erinnern mit der Wahrheit und mit dem richtigen Weg zu erinnern Allah subhanahu ta'ala sagt russulan mubashirin wa mundirin li alla yakula linnasi alallahi hujjatun ba'da russul russulan mubashirin Propheten die frohe Botschaften bringen und nicht nur frohe Botschaften sondern auch Wahner die auch warnen weil die Propheten kommen mit der frohen Botschaft wenn man den Wege Allahs folgt den Weg seines Schöpfers folgt und sie sprechen dir die Mahnung aus wenn du dich nicht dran hältst warum dies damit die Menschen und damit die Geschöpfe und die Menschen keine Ausrede vor Allah subhanahu ta'ala haben damit keine Ausrede mehr vorhanden ist und damit die nicht sagen oh unser Herr wir kamen erst paar hundert Jahre später und bei uns war schon alles da die Beigesellung die Götzen und wir wussten nichts davon dass wir dich alleine anbeten sollen diese Ausrede gibt es nicht deswegen hat Allah subhanahu ta'ala Propheten geschickt rösula mubashirin wamundirin die anla yakouna linnasi so muss uns klar sein liebe Geschwister dass Allah subhanahu ta'ala nicht bestraft erst wenn die Botschaft die Menschen erreicht hat heutzutage wir wissen ja und wir glauben daran dass es keinen Propheten mehr gibt und dass kein Propheten mehr kommen wird nach unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wer sind jetzt wer ist jetzt derjenige der diese Botschaft weiter führen soll und weiter bringen soll wer wir die Muslime der Anhang des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wir müssen die Menschen da draußen diese Wahrheit nahe bringen und diese Wahrheit erklären der Glaube an Allah an ihren Schöpfer subhanahu wa ta'ala wir müssen den Tauhid verbreiten den Eingott Glaube verbreiten Monotheismus verbreiten und wir müssen den Menschen erklären dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Jesus nicht Sohn Gottes ist und Jesus auch nicht Gott ist das müssen wir den Menschen das ist unsere Aufgabe das ist keine freiwillige Aufgabe sondern unsere Pflicht weil es kommen keine Propheten mehr deswegen haben wir diese ehrenvolle Aufgabe übernommen Allah sagt im Quran es gibt nichts Besseres es gibt nichts Besseres als jemand der zu Allah aufruft was heißt zu Allah aufrufen zu seinem Glauben zu seiner Religion die er ausgewählt hat und ausgewählt hat für seine Geschöpfe für die Menschheit deswegen ist das der ehrenvollste Job Bessere Job nicht Pilot nicht Chemiker nicht Bessere Job ist zu Allah zu rufen die Botschaft zu verbreiten und zu verkünden deswegen sagt Allah im Quran das ist sprich zu ihnen das ist mein Weg das ist mein Weg ich rufe zu Allah auf auf Wissen basierend auf Wissen nicht basierend auf meine Lust und Laune nicht basierend auf irgendwelche Erneuerungen nein basierend auf Wissen in von verbreiten hier hat das hat 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 Bismillah Ishram er da? Allah subhanahu wa ta'ala azzal Und sprich zu ihnen, das ist mein Weg Ich rufe zu Allah subhanahu wa ta'ala auf Basierend auf Wissen Eine, ich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Und diejenigen, die mir folgen Das heißt, jeder, der an die Prophet sallallahu alaihi wa sallam glaubt Hat diese Aufgabe mit sich zu tragen Und hat, und auf ihn lastet diese Verantwortung Deswegen sagt der Imam al-Qayyim alaihi rahmatullah Und der Mann Ist erst dann Ein wahrer Anhänger von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wann? Erst dann, wenn er Auf demselben Weg Zu demselben Weg aufruft Wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch aufgerufen hat Auf Basiera Erst dann ist er wirklich ein Anhänger Von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Und jetzt kommen wir zum dritten Zur dritten Kategorie Dritte Kategorie Heißt Hidayatul Taufiq In Arabisch Hidayatul Taufiq Das bedeutet Sinngemäß Übersetzt Bedeutet das Dass Allah sallallahu alaihi wa sallam Dir die Gnade erweist Und dich zum richtigen Weg Recht leitet Dich da zurecht leitet Ihn subhanahu wa ta'ala Alleine Zu dienen Und ihn alleine Subhanahu wa ta'ala Anzubeten Ein bisschen wegnehmen Ich weiß Man sagt mir immer Dass ich zu laut bin Und diese Kategorie Und diese Nau Von Hidayat Den besitzt keiner Außer Allah Kann man den Fehler beheben Oder Von außen Keine Ahnung Von außen Ja Überstunden Die Leute machen Überstunden Die machen das wie vorhin Wie er es am Anfall war Anders Machen wir auch Müssen die Beine sein Oder Ja ist besser Ja Anders Diese Kategorie von Hidayat Wie ich schon sagte Den besitzt keiner Außer Allah Subhanahu wa ta'ala Kein Engel Kein Prophet Keiner Nur Allah Subhanahu wa ta'ala Besitzt Diese Art Und diese Kategorie Von Hidayat Unsere Aufgabe ist Diese zweite Kategorie Der Hidayat In Anspruch zu nehmen Und zu folgen Und dadurch Kommt dann Inschallah Die dritte Kategorie Das heißt Wir folgen Die Zuweisung Und die Erklärung Des richtigen Weges Und bitten Allah Subhanahu wa ta'ala Darum Uns den richtigen Weg Zu führen Deswegen Wir haben auch Gerade darüber gesprochen Dass wir Eine Aufgabe haben Nach dem Propheten Und eine Verantwortung tragen Nach dem Propheten Und dies ist Da'wa Zu Allah Subhanahu wa ta'ala Aufzurufen Das ist unsere Aufgabe Das ist unsere Aufgabe Aber Wir können Keinen Aufzwingen Diesen Weg zu nehmen Anzunehmen Oder diesen Weg zu folgen Wir haben nur Esbeben Wir müssen nur Esbeben Wir müssen nur Tun und machen Und dann Und dann Geste Blatt Allah Subhanahu wa ta'ala Überlass Macht hat Den Den er Recht leiten Möchte So sehen wir Allah Subhanahu wa ta'ala Sagt im Quran Du recht leitest Nicht den Den du liebst Oder den du gerne Recht leiten möchtest Sinngemäß Aber Allah Subhanahu wa ta'ala Recht leitet Wen er will Deswegen Als Beispiel Sehen wir Als Beispiel Sehen wir Den Onkel Ammu Abdul Muttalib Der Onkel Des Propheten Sallallahu wa ta'ala Er hat Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Beschützt Und geholfen Oder nicht Er hat den Vor dem Quraysh Beschützt Bei Abihuahua Ommi Sallallahu wa ta'ala Und er war Wie die Security Für den Prophet Mohammed Sallallahu wa ta'ala Wie die Versicherung Für den Prophet Mohammed Sallallahu wa ta'ala Solange er lebte Konnten sich Die Qurayshiten Nicht trauen Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Irgendwie wehzutun Oder ihm Irgendwas anzutun Und deswegen sehen wir Als er starb Was haben dann Die Qurayshiten Rasulullah Sallallahu wa ta'ala gemacht Haben ihn Verscheucht Und vertrieben Und 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 sehr viel Ist angetan Und trotz all dem Ist er als Käfer Gestorben Trotzdem Ist er als Käfer Gestorben Obwohl Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Sein Herz Blutete Blutete Und weinte Und trauerte Darüber Dass er kein Muslim geworden ist Nein Und im Gegenteil Das Gegenbeispiel Sehen wir Wie Umar Und sagt Was hab ich gehört Was hab ich gehört Du bist in die Irre gegangen Du hast die Religion Deiner Großeltern Und Väter verlassen Was sagt Die Frau Die heutzutage Tausende von Männer Von uns wiegt Sagt sie Nein Ich bin nicht in die Irre gegangen Weil es lämt Ich habe mich Allah Subhanahu wa ta'ala Ergeben Weil es lämt Die Geschichte Geht so weiter Dass Umar Al-Khattab Radiyallahu anhu Ardah Den Koran Liest Und er lesen möchte Und sie sagt zu ihm Du bist dreckig Geh dich waschen Sie sieht So ein Mashallah So ein Brocken Vor sich Stehen So ein Berg Amar Al-Khattab Wird beschrieben Dass als er Auf dem Pferd Sich hingesetzt hat Du wisst wie hoch Das ist Manche Leute Können nicht Was drauf steigen Seine Füße Berüten den Boden Das müsst ihr euch vorstellen Kante So ein Typ steht vor dir Und du weißt Mit dem ist nicht zu spaßen Der macht nicht gerne Witze Und du sagst zu dem Hör mal zu Du bist dreckig Geh dich waschen Steht euch das mal Bildlich vor Ich rede nicht von einem Anderen Bären Der vor ihm steht Von einer Frau Und dann geht sich Omar waschen Und dann kriegt er Und dann Und, 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 und. Sehr schöne Versen aus dem Koran. Taha. Ma ansalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Wir haben den Koran nicht herabgesandert, damit es dir schlecht geht. Nein. Nur eine Ermahnung. Tadzkiratan. Liman Yahsha. Für diejenigen, die Khushu haben. Und natürlich, liebe Geschwister, die Herzen, die sauber sind, berühren solche Worte. Die lassen die Herzen bewegen. Solche Worte lassen das Herz flattern. Und er spürt direkt die Wahrheit. Und versteht direkt, dass diese Wörter nicht von einem Dichter sind. Sondern nur von dem Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala, kommen können. Und dann spricht Omar al-Khattab, radiallahu anhu, das Glaubensbekenntnis aus. So sehen wir, guckt mal, liebe Geschwister, der eine hat die ganze Zeit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, unterstützt und geholfen. Ja? Und trotzdem hat er nicht den Islam angenommen und stirbt als Kafir, wa alayhi wa sallam. Und der andere, haben wir Besuch, oder? Wir sind geblätzt die ganze Zeit. Ja, MashaAllah. Ja, Moim, immer lächeln. Khair, Inshallah. Allahumma kfina humi ma shi'ita wa kaifa shi'ita. Allahumma inna na'udu bika min shururihim wa najj'anuk Allahumma finu hurihim. Al-Muhim, der eine wird nicht Muslim und der andere kommt mit der Absicht, größter Feind von Islam, und kommt mit der Absicht, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zu töten und Allah sallallahu alayhi wa sallam recht leitet ihn und wird Muslim. Und die Geschichte von dem Onkel des Propheten sallallahu alayhi wa sallam wird in Sahih al-Bukhari überliefert. Wo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dann während seines Onkels am Sterben lag, kommt, geht der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu seinem Onkel und setzt sich zu ihm hin und sagt zu seinem Onkel, Ya'am Qul Kalimatan Qul La ilaha illallah Kalimatan Uhajjulaka biha indallah Ya'am Oh mein Onkel, sprich dieses Wort aus La ilaha illallah Das Wort, womit ich dich vor Allah sallallahu alayhi wa sallam verteidigen kann. Und dann sitzt Satan neben ihn, Abu Jahl sitzt neben ihn und sagt Atatruku dina abaiq Wie kannst du denn die Religion deiner Urgroßeltern und Väter verlassen? Und diese Religion folgen? Guckt mal, spielt ihn auf Jedem, jedem kommt er anders. Bei ihm, bei ihm, bei den Leuten war die Familie Ehre. War was Besonderes. Sagt er, wie kannst du das verlassen? Und auf einer anderen Religion sterben. Und dann sagt er wa liyadu billah am Ende Sagt er Bel ana ala dini abdel muttali Und steht auf den DIN van Quraysh wa liyadu billah Auf Shirk wa liyadu billah Was macht unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam geht raus voller Trauer und sagt La astagfiru lak Ich werde dir um Vergebung bitten Ich werde Liebe Was heißt Liebe? Dieses Gefühl Sein Onkel Der ihn verteidigt hat Das ist menschlich Ich werde dir für dich um Vergebung bitten Aber jetzt kommt Befehl von Allah Und das ist ein Unterschied zwischen uns und den Sahabern und dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam Jetzt kommt Befehl von Allah Darfst du nicht Es ist nicht erlaubt Für den Propheten Für jemanden der als Muschrik gestorben ist um Vergebung zu bitten Auch wenn die nah waren Yani Akriba Yani Familie Von Familie sind Nachdem euch klar geworden ist Dass sie von den Höllenbewohnern sind Möge Allah sallallahu alayhi wa sallam bewahren Und das zeigt uns auch Liebe Geschwister Dass wir Allah sallallahu alayhi wa sallam brauchen Dass wir abhängig sind von Allah sallallahu alayhi wa sallam Dass wir nicht mit unserem Wissen oder Cleverness oder Cleverness Yani diese Hidayah bekommen Oder diese Hidayah bekommen können Sondern wir sind da auf Allah sallallahu alayhi wa sallam angewiesen Wir brauchen Allah sallallahu alayhi wa sallam für diese Hidayah Keiner von uns darf denken dass er weil er clever ist jetzt in dieser Sitzung teilnehmen kann Dass Allah sallallahu alayhi wa sallam ihn dazu rechtgeleitet hat hier in diesem Moment sein zu dürfen Wallahi das ist nur durch Taufiq von Allah Weil Allah sallallahu alayhi wa sallam dich dazu gebracht hat hier sein zu dürfen Und diese Hidayah verdient man sich indem man ehrlich und aufrichtig den Weg von Allah sallallahu alayhi wa sallam aufsucht Und ich erzähle da immer gerne diese Geschichte die mir selber passiert ist bei einem Freund der selbst als er noch kafir war Allah sallallahu alayhi wa sallam er er nicht nur aufrichtig darum gebeten hat um den richtigen Weg zu zeigen Und er dann Muslim geworden ist Als er Muslim geworden ist hat er den und den und den und den und den gehört Jeder ruft zu seinem Verein auf Und dann hat er Allah sallallahu alayhi wa sallam dazu gebeten ihm den richtigen Weg zu zeigen Deswegen einer der besten Dua ist Allahumma arina alhaqqa haqqan wa rzuqna tiba'a wa arina albaatila batila wa rzuqna stina'ba Oh Allah Zeig uns die Wahrheit als Wahrheit und lass uns die Wahrheit folgen Und zeig uns die Unwahrheit als Unwahrheit und lass uns davon fernbleiben Und das finde ich gesagt Allah subhanahu wa ta'ala im qur'an Allah subhanahu alayhi wa sallam La nukalifu nafsa Anlezi hadana Sie sagen Allah muss man dankbar sein dass er dich rechtgeleitet hat Sinngemäß diese Hidayah für die Ahira ist abhängig davon wie deine Hidayah in der Dunia war Wenn deine Hidayah in der Dunia gut war und stark war und du den Weg Allah subhanahu wa ta'ala richtig anvisiert hast und gegangen bist ohne zu schmeichen ohne runter zu fallen ohne in den Fallen des Scheitans zu fallen und die Erkappen des Scheitans zu fallen ohne Shahwat und Shubuhat zu folgen dann wirst du beidin Allahi ta'ala auch eine gute Rechtleitung Yom Al-Qiyama haben Yom Al-Qiyama wenn du auf Sirat bist wenn du auf Sirat bist auf der Brücke die geschlagen wird auf dem Höllenfeuer zum Paradies es ist vieles von deinem Iman abhängig es ist sogar alles von deinem Iman abhängig und von der Rechtleitung in der Dunia wie gesagt wenn du sehr gut warst wenn du Allahs Weg gefolgt bist bist du dann von der Teorie die wie ein Blitz durch ist siehst du wie schnell der Blitz ist so schnell wirst du drüber sein die weniger sind werden so schnell sein wie Wind und 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 manche werden so schnell drüber reiten auf einem Pferd und manche werden drüber laufen manche werden drüber gehen und manche kriechen da drüber und manche fallen mal ins Feuer und kommen wieder hoch wie wir Allahs davor bewahren je nachdem wie du warst je nachdem wie du warst deswegen sagt Allahs im Koran sie wurden zu dem guten Aussagen und den guten Taten allgemein in der Dunja recht geleitet und dadurch werden sie dann in der Akhira ins Paradies recht geleitet und nach das Zerat liebe Geschwister kommt dann noch eine Etappe diese Etappe ist da wird Al-Qisas genommen Abrechnung zwischen wem Al-Qisas was in der Dunja gelaufen ist was in der Dunja gelaufen ist wenn jemand Al-Riba gemacht hat da nach Zerat musst du warten bis der Typ kommt und dann wird abgerechnet oder wenn du geklaut hast jemanden oder wenn du einen Muslim betrogen hast Al-Qisas und danach ist man Halas dann hat man alles geregelt dann ist man durch und danach liebe Geschwister geht jeder zu seinem Zuhause ins Paradies und jeder Rasul sagt dass jeder sein Zuhause besser dann kennt als sein eigenes Zuhause in der Dunja Allahu Akbar guck mal liebe Geschwister jetzt nach der Sitzung jeder geht nach Hause weiß genau ich muss im Bus einsteigen diese Nummer diese Haltstelle raus dann gehe ich 100 Meter nach rechts dann nach links dann bin ich zuhause jeder weiß genau wo sein Zuhause ist oder weiß ganz genau in der Acherah du wirst es noch besser wissen wenn du alles hinter dich gebracht hast wenn du hier bevor du da ankommst musst du hier aufbauen musst du hier alles richtig gemacht haben den richtigen Weg gefolgt musst du den richtigen Weg gefolgt sein und zudem sagt Allah subhanahu wa ta'ala wa yudkhiluhum ul jannata was arrafaha lahum Allahu Akbar und er lässt sie ins Paradies hinein das was er für sie klar gemacht hat bekannt gemacht hat Allah hat dann dir schon gezeigt da ist mein Zuhause möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies hinein lassen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit unserem Propheten Mohammed und mit Abu Bakr und Umar Uthman und Ali Hamza Khalid und Osama und Osayd und alle anderen gläubigen wahrhaftigen Muslime zusammenbringen inshallah das waren jetzt die vier Kategorien von Hidayah jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt liebe Geschwister aus Babel Hidayah die Wege der Hidayah Grundvoraussetzungen der Hidayah weil viele fragen sich ok jetzt weiß ich was die Rechtsleitung ist aber was sind die Mittel zu der Rechtsleitung erste Sache liebe Geschwister ist Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen Wissen zu erlangen über deinen Schöpfer subhanahu wa ta'ala sehr viel Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen in der Dunia sagt man heute ich muss den Menschen kennenzulernen um mit ihm zusammenzuleben heute kommt oft diese diese schöne Ausrede wie kann ich jemanden heiraten ohne dass ich ihn kenne ich muss ihn erst mal kennenzulernen ich finde euch das nun wie kannst du jemanden anbeten es geht um Anbetung nicht um Leben oder Freund oder Freundin es geht um Anbetung um das Wichtigste überhaupt es geht darum warum du erschaffen wurdest so denjenigen den du anbetest musst du kennen deswegen ist das das Wichtigste überhaupt und die wichtigste Voraussetzung um Al-Hidayah zu erlangen Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen seine Namen seine Eigenschaften und je mehr man Allah subhanahu wa ta'ala kennt desto gottesfürchtiger ist man deswegen ist Rasul der gottesfürchtigste Mensch weil er am meisten über Allah subhanahu wa ta'ala weiß deswegen müssen wir uns sehr sehr viel Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala beibringen damit wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben und auf seine Belohnung hoffen und Angst vor seiner Strafe haben und somit gehen wir dann auf seinem richtigen Weg insha'Allah ta'ala denn wer Allah kennt wird Allah lieben und wer Allah kennt wird Angst vor Allah haben und das ist die Ibadah Ibadah ist was Ibadah ist Kemal الحub مع Kemal الذul Kemal الحub مع Kemal الذul die vollkommen lieben mit der vollkommen Angst Angst vor der Strafe Allah und Hoffnung und Zane Belohnung das Pagadis Zweite ist an Allah zu glauben in iman billah Allah subhanahu wa ta'ala sagt man yung bin billah was mit dem yahdi kalbah wenn Allah glaubt Allah recht leitet sein Herz ich fasse mich kurz damit der Bruder nach mir seinen Vortrag halten kann die dritte Sache ist die Iqtisam billah an Allah subhanahu wa ta'ala festzuhalten und dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Rückhalt ist und auf Allah zurückzugreifen Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran man yatasim billah faqad hudiyya ila siratin mustaqim wer an Allah subhanahu wa ta'ala festhält der wird zum richtigen Weg recht geleitet ein sehr sehr wichtiger Punkt ist auch el muhafadah alas salah dass man immer auf seine Gebete achtet und sie verrichtet sehr sehr wichtiger Punkt der andere ein nächster Punkt was auch sehr wichtig ist ehrlich und aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala um Richtleitung bitten Dua zu machen zu weinen vor Allah oh Allah ich bin verzweifelt tausend Rufer und Rufer und jeder behauptet dass er die Wahrheit hat bitte ja Allah ich bitte dich ja Allah ich flehe dich an ja Allah zeig mir den richtigen Weg zeig mir den wahren Weg zeig mir die wahren Leute Wallahi wenn du ehrlich und aufrichtig bist Wallahi Allah wird dich recht leiten ein sehr sehr wichtiger Punkt ist auch gute Freundschaft gute Freundschaftskreis ein sehr 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 wichtiger Punkt wenn du mit den falschen Leuten zusammenhängst dann ist klar dass dein Iman schwach wird dann ist klar dass dieser Thermometer von Iman immer runter senkt bis er vielleicht die Minus gerade erreicht das ist klar deswegen sagt in einem schönen Beispiel in einem Hadith wie der Jalith ist so wie der Misk und der Nafiq in Kir hat ein Beispiel gemacht für einen guten Freund und einen schlechten Freund hat den guten Freund mit jemandem der Parfüm verkauft verglichen warum der jenige der Parfüm verkauft wenn du nichts von dem kaufst oder der die ein bisschen abgibt riechst du immer was Gutes riechst immer schön entweder du kaufst was hast du aber kein Geld dann macht er dir ein bisschen drauf wenn er geizig ist dann riechst du wenigstens gut der in Eisen arbeitet Schmied was ist mit dem wenn du zu dem hingehst du hast nur Schaden es riecht schlecht und was kann auch noch passieren wenn er macht sich schmutzig und kann sogar deine Kleider verbrennen guck mal was so ein Beispiel uns nahe bringt den jeder verstehen kann Ingenieur Bauer Analfabet Professor jeder wir haben Und deswegen sagt auch Rasul in einem anderen Hadith La tu sahib befreunde dich nur mit einem Gläubigen und dein Essen soll nur ein gottesfürchtiger essen Die sechste Sache ist El Mujahada El Jihad zu machen mit deinem Nafs El Mujahada Allah sagt Nicht nur Jihad dein eigen Nafs erstmal wenn du dein eigen Nafs nicht unter Kontrolle hast wirst du niemals Jihad mit deinem Körper machen niemals das ist die höchste Stufe höchste Stufe wenn du dich nicht unter Kontrolle hast wenn du kein Benehmen hast kein Achla die Gebete nicht verrichtest schlechte Freunde hast brauchst du das ist zu weit das ist zu teuer deswegen gibt es Maratib von Mujahada gibt es auch Stufen von Mujahada erste Stufe ist Mujahada El Nafs Ala Ta'allum dich zu bekämpfen und zu lernen dich deine Nefs zu bekämpfen gibt es viele Versuchungen der andere sagt dir komm lass mal in die Stadt gehen der andere sagt lass mal essen gehen der andere sagt lass mal Fußball spielen gehen der andere sagt dir lass mal dies machen aber du machst Mujahada du bekämpfst deine Nefs und sagst nein ich gehe jetzt für zwei Stunden in die Moschee und setze mich auf meine vier Buchstaben hin und lerne sehr wichtig diese Geduld von Talab das ist sehr schwer das schaffen nicht viele zu sitzen und zu lernen zu sitzen und zu lernen man sieht viele jetzt wir lernen was selbst der jenige der schon das weiß bekommt Belohnung keiner hat genug aber du siehst man steht auf und geht raus und dann steht man da draußen und redet bla 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 man hat nichts gelernt und nur Zeit verschwendet die Nefs zu kontrollieren und sie zu bringen und zu sagen jetzt ich sitze in der Moschee und zu lernen wie oft haben wir die Chance wie viele Muslime sitzen jetzt zu Hause und gucken Fernsehen wie viele Muslime gibt es in Hamburg bestimmt 100.000 oder sehr sehr viele und wie viele von ihnen sind hier sehr sehr wenig warum weil sie ihre Nefs nicht unter Kontrolle haben weil sie sich nicht sagen egal ich gehe jetzt in die Moschee und bleibe ein paar Stunden in der Moschee umzulernen wie oft passiert dass wir so eine Sitzung haben einmal im Jahr subhanallah die zweite Stufe ist wenn man gelernt hat dass man seinen Nefs dazu zwingt und bekämpft und bekämpft mit diesem Wissen zu arbeiten und zu praktizieren das ist auch ein sehr sehr wichtiger Punkt Masha'allah unsere Köpfe sind wie Computer voll machen voll machen voll machen voll machen aber Praxis leider null leider und da ist ein Problem was wir haben Ilm Ilm wird gelernt um nicht Informationen um nicht wegen den Informationen sondern Ilm 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 ist Praxis deswegen die Sahaben haben gelernt praktiziert und sie haben nicht weiter gelernt erst wenn sie das praktiziert haben was sie gelernt haben subhanallah deswegen sehr sehr wichtig für uns Nachwissen Ilm Taten Praxis die dritte Sache ist was Da'watu dazu auf zu rufen was man gelernt hat und was man praktiziert weil wir sind keine Egoisten wenn wir sagen ich weiß ich praktiziere ich bin gerettet ich bin durch nein wenn wir lernen und praktizieren wir müssen Steuern bezahlen diese Steuern sind dazu aufzurufen zu Allah subhanahu wa ta'ala und die vierte Stufe ist geduld haben auf das was danach kommt weil wenn man lernt und diese Wissen in Taten umsetzt und zu dem Aufruf zu der Wahrheit aufruft dann muss 100 Millionen Prozent kommen dass du geprüft wirst dass du geprüft wirst dass Aua kommt Aua muss Rosen gibt es bei uns nicht Rosen gibt es in Achir inshallah Vergnügen in Achir inshallah unser Vergnügen ist in diesem in diesen Schmerzen das Vergnügen hier vergnügen wir uns mit alles was auf den Weg Allah kommt egal was es ist aber es ist sehr sehr wichtig das zu wissen und man muss sich im Klaren darüber sein deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala sind wir besser als die Propheten Allah subhanahu wa ta'ala sagt und so haben wir für jeden Propheten einen Feinde gemacht deswegen sehen wir Rasulullah subhanahu wa ta'ala wurde verfeindet oder nicht wurde verfeindet sahe wurde geschlagen wurde gefoltert wurde bekämpft Baby subhanahu wa ta'ala Sahaba sind gestorben oder nicht Sahaba wurden verjagt und 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 deswegen es muss das gehört dazu das gehört dazu und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Alif Alif Lam Mim das gehört dazu dass wir fertig gemacht werden von anderen Leuten und von den Feinden Allahs das gehört dazu wenn das nicht ist dann muss jeder seinen Weg hinterfragen dann dann das dann das dann Vielen Dank.